Wir können ja Tic Tac To spielen Oh, okay, okay, erst, 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 nein, oh nein, 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 ne, hoppala Einen flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft TTT auf dem Einsatzpunkt NetServer mal wieder mit der Chaotenbande hier der Supporter der uns nicht golfen hat oder umgebracht hat der es ist inzwischen nicht mehr dabei der Traitor der letzten Runde der haut mir locker gleich wieder eins auf die Fresse sollten wir mal echte 3D Brille besorgen ich glaube da passiert sogar was und tschüss Hey Junge das war doch locker für die letzte Runde Ja jetzt habe ich Videobeweis du Spaßbremse ab in den Knall gut dann geht es jetzt auch endlich mal weiter der Random Killer ist wieder da habe ich den jetzt auch mal Random Kill Ah dann wären meine schönen Karma Punkte von dem Kill wo ich ihn gekillt habe weg Das muss ich nochmal überdenken Also heute wird mir auch nur das Eisenschwert geklaut mal ganz im Ernst ich habe es heute noch nicht einmal bekommen Oh ja gut das war ein bisschen dumm wo ist denn hier der Knopf Ja hau ihn ruhig Hey Also so macht das echt keinen Bock Ich spiele ganz normal und plötzlich kommt ein In- und Random Kill einfach und der Detective hat vorhin auch gerandom killed Alter was seid ihr eigentlich für Spaßbremsen mal ganz ohne Witz So macht das keinen Spaß Nachdem ich nichts getrunken habe habe ich mich nicht abreagiert und jetzt wird weiter getötet Und ich weiß außerdem nicht wo es hoch geht das ist doch super ich könnte auch gern mal Traitor werden Das wäre ganz lieb Ach hier geht es auch mal Ja 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 Einmal in meinem Leben Geil Moment mal da oben ist doch eigentlich auch noch ein Eisenschwert sein Vielleicht hat sich das auch noch niemand geholt Ist es da noch Ja oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Ich glaube ich verschwinde da lieber Dies wäre trotzdem suspekt Die ist immer Traitor Der vertraue ich auf gar keinen Fall Was macht denn der da unten Beziehungsweise da oben Geht der den Ja Oh Stark Stark Jungs Das habt ihr ja gut geregelt So lässt man Probleme sich gegenseitig umbringen Cool Na wie viele haben wir jetzt haben wir einen noch und davon keinen den wir vertrauen können Weil Flower ist ein Assi Und Maybe auch Das heißt wir können Den wildfremden Typen vertrauen Das klingt doch sehr vertrauenswürdig Also einer von den drei Typen hier ist Und einer rammt uns gleich den Schwert Das Schwert in den Rücken Wir können ja Tic-Tac-Toe spielen Oh ok 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 er ist er ist er ist Nein Oh 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 nein Keinen zeigen Oh nein Wie dumm war das denn Oh nein Oh nein Wir sind echt Oh Gott Ich habe ihn vorhin aus Versehen geschlagen Es war ja klar Dass er ist Aber dann schlägt er mich zurück Ich frage mich warum Obwohl Hätten Doch es hätten zwei Traitor sein können Na gut War vielleicht doch berechtigt Aber ich dachte ja Er wäre gestorben Oh nein Das kann man doch keinen Menschen zeigen Wie blöd kann man eigentlich sein Ach das war doch so lost So lost war das Bist du denn wirklich so blöd Am besten ist wenn er sich nickt Als Horseman 5 zum Beispiel Da muss das Da muss das Trauerspiel Niemand mehr ertragen Och nee Das war der dimmste Tod wahrscheinlich Den ich auf jeden Fall Dieses Jahr hatte Und Vielleicht auch in der ganzen TTT Geschichte Die von mir Hatte ich schon mal so einen dummen Kill Der Junge ist ein Dunker Nein Moment mal Ich will auch Ich will auch Du 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 Och nein Ich glaube ihr schafft es zuerst Ich zuck schon mal Nein mein Internet Was ist mit meinem Internet Geil Nein warum killst du denn nicht Ihn Och Junge Du machst meinen Plan kaputt Was ist denn dumm mit dir Och mein Gott alter wie schlecht war das denn Och Ich wollte ihn killen Dass er den Detective killt Was macht er Er geht auf mich drauf Och man Bitte bisschen mehr nachdenk Das wäre so ein guter Double Kill gewesen Doch du verkackst das mal wieder Betron HD Das verzeihe ich dir nie Dass du mich gerade so hinter Gang hast Und dafür habe ich jetzt hier schon mal Die Ender Chest Ich möchte trotzdem eine Waffe Ja schön Bleib da unten Mein Schatz Pech gehabt Da habt ihr Pech gehabt Und ich nicht Och die bringen sich hier Gegen Seid Tick um Oder doch Ne Wie killt denn jetzt hier Wehen Oh guck mal Ich kann auch drücken Ist das Und jetzt rennt er weg Das wirkt mir nicht sehr vertrauenswürdig Und wenn jetzt hier ein Holzschwert rauskommt Ich hatte mein Minecraft Leben Es läuft heute Die erste Aufnahme Okay Die war noch ganz gut Aber jetzt ist auch Ich Jetzt der letzte Hoffnungsfunken Tod Vielleicht sollte ich mich einfach mal Im Bagger einsperren So viel 24 Stunden Damit kann man doch gut Klicks machen Vielleicht noch 24 Stunden Im Minecraft Bagger Eingesch Nein Ich habe echt keinen Bock mehr Ne Ich beende jetzt hier die Aufnahme Ich habe einfach keinen Bock mehr Ich sterbe die ganze Zeit Einfach nur dumm Einfach nur dumm Also Wenn ich das Video gefallen habe Lass eine positive Bewertung da an Sonst nehmen wir uns bei einem neuen Video Out rein Und schauen Leute Decor Wiedig Wieig Many Von 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 sos Von 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 Tra , von notwendig label Con Von 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 S